So, Freunde, dann bring mal ein bisschen Schwung in, hier ist das. Es ist das Wichtigste, also ist das Wichtigste. Das war die Saison. Das war's. Das war's für heute. So, Freunde, wie sieht's aus? Das ist ja bei euch. Kurz für den Sport, wie alle hier. So, Freunde, wir halten, ihr habt's geschafft. Neue Fahrt, neue Runde. Auf geht's. So, wieder rein in die Kiste, einsteigen, zusteigen und wieder mit dabei sein. Auf geht's.